Die Serer Academy ist der Ort, an dem sich Mitarbeitende im Zoofachhandel, in der Zierfischzucht, im Großhandel, aber auch wissenschaftliche Mitarbeitende, genauso wie Auszubildende und QuereinsteigerInnen in den Bereichen Aquaristik, Terroristik und Gartenteich kostenlos weiterbilden können. Im Büro, unterwegs oder zu Hause. Auf dem Handy, dem Tablet oder dem PC. Die Selbstlernkurse der digitalen Lernplattform sind immer und überall erreichbar. Die Schulungen der Serer Academy sind kurzweilig und interaktiv gestaltet. Zum Schluss der Schulung wird das angeeignete Wissen in einem Quiz überprüft. Nach erfolgreichem Abschluss werden personalisierte Zertifikate ausgestellt. Neben Produkt- und Themenschulung bietet die Plattform ein umfassendes Seminarprogramm. Dieter Untergasse, Elena Ratgeber und Oliver Helker referieren live zu grundlegenden, aber auch speziellen Themen aus dem Bereich Süß- und Meerwasser-Aquaristik, Terroristik und Gartenteich. Sowohl für Einsteiger ohne Vorkenntnisse als auch für erfahrene Profis. Alle Live-Seminare sind von VDA und DGAT zertifiziert und können als Weiterbildungsnachweis gemäß § 11 des Tierschutzgesetzes verwendet werden. Zusätzlich gibt es einen separaten gebührenpflichtigen Sachkundebereich innerhalb der Academy. Hier finden Anwärterinnen und Anwärter der Sachkundeprüfung nach § 11 und 2 des Tierschutzgesetzes die Lerneinheiten zur Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung. Die Sera Academy – jetzt registrieren und durchstarten!